Jalur Herzlich Willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Let's Play Battle Beat Play for free ja wir sind heute dabei du kannst mich auf mich warten wir können sich lassen wir lassen es okay um zu einem neuen Let's Play Battle Beat Play free und ja Alex auch mit dabei Alex sagen was ja Alex sagt jetzt ist ein bisschen leise was gerade Matratzen-Sport betrieben und es geht los so und den Beitrag werden nur mit der Pistel es wird ein richtig schön künstliches Lp und den können wir auch gleich mal am Ende kommen wir haben ihn Kornal in Rade Rame Rame Ramein Oklitz und Richtig Künstler und es gibt so gut ist aber natürlich mit rpg sie sollen müssen wollen nicht mehr aufgabe zu aber mein Gott macht ja auch dieses ganz gar kein das ist ein Scheiß wo war ja er kann sich das war der Gott so schreckt ab wenn die sind alle auf die Schöne sagt es ich kenne es ja bisher mit einem kranken fahrzeug oder steht man auch ein wir sind das Ding aber doch nichts dabei doch noch ja wir sind mit der Pistel dabei das ist die M 19 11 Veteranwerst Jürgen Welsbach wie witzig eher nicht witzig den Pistel ich kann sie sehen ich muss sie kommen das ist ja richtig Frau Krankenkopf Treffer bei einem Sniper gelandet mit der Pistel im 1911 und auch noch eliminiert geht recht ab Munition Autsch und in die 6 3 Stegg das ist leider 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 keine Chance und witzig Jürgen gut 3 was soll ich dazu sagen Alter Faszination Buchen weil er warst ich kann nicht sagen dass sie waren ich weiß nicht wie sie sind die diese Läger aus was soll das ist das Kratzen das ist das Kratzen das ist das Kratzen das Kratzen also wir wollen ja nicht mit der W5 zocken unser Standort war das ist das Kratzen das ist das Kratzen das ist das Kratzen Autsch 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 bei der Stiftungen aus Sch diz vieles machen aber theoretisch sind jetzt nicht die hat sie wurde ein mir wird gerade ist gerade ein Traktor gegen sie mit unserer krankenpistel vollautotrauf und war auch gut aus dem Scheiß was geht mit und in dem Moment er wurde natürlich wie gesagt um ein Gott um ein Gott ein bisschen war der Fall und schaue ich das war das Wort nicht wissen wo die sind wo sind die gehen links neben dir was nie mit oder schon nämlich links neben mir stand hinten sind da zehn Prozent 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 und nicht gelangt er ist sie nein auch ich bin nicht dieses die Spitzkrieg hat der Alter das kann nicht sein das ist doch einfach nur Bin sich! Ja, ist es. So, ich fliege gegen Kampfe. Aber immerhin habt ihr zwei Punker. Ich kann nämlich nicht Kampfe gegen fliegen. Ich fliege gerne weg. Das war die Premiere! 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 Erstmal auf die Flakke. Das ist Kampfer. Oh Gott, ich meine. Ok, hier oben sitzt der Arthur. Ha! Du bist gerade richtig auf einem hohen Level, oder? Nee, bin ich nicht. Ich hab ja manchmal die zwei Raketen geskillt, weil ich keine Fliege, die normalerweise fliegen... WTF? Ah, haua, nicht so doll. So, ich kann wirklich keinen Kampfe gegen fliegen, das tut mir wirklich sehr leid. Aber es sieht ja auch schon mal nicht so lustig aus. Aber ich kann wenden, das ist sehr witzig. Justi quiouaaaah, nicht so cool. fscom Doch ich geh weg, 62, 42, 48 ... Bistle Action! Vastweh fack, ich hab einика freaktiv. Hehehehe! Geil, graalzeichen! Vastweh fweig! und dann geht es aber auch immer wieder dort ist es nicht mehr da wird doch gerade wieder ein paar Hände zurück immer noch aber auch noch 4 4 aber auch wenn es weitergeht zu werden er wird noch ist der herzliche entglück Köln-Geräusch-Uversteigungsbraunen ist der Satz-Anhalt Prozent abgleich wieder russen Wut? Bin ernst? Ja. Ach ja, aber wir sind wieder Russen. Das ist sehr geil. Ja, 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 ja. Na, 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 na. Wagen wir mal auf uns, da mal will. Was ist denn, wenn wir schon... Grrrrrrrr. Der kommt bestimmt gleich an. Fack, 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 fack. was wird sechs leber auf sechs leeren kranker Spuren der kranker ich doch nicht durch denn noch wusste warum kämpfen die dann dort oben exo 1.500 das kann ja was aber mit der Pistole na trotzdem oder wurde der Panzer rum das ist kein Fahntum der trifft nicht, der trifft den Hügel, der läuft einfach weiter der Hügel, der Hügel sich der Hügel sich der Hügel sich alles ich treffe nicht doch 17er Schadwacht der muss doch ein Röbel sein aber hat schon 7,8 die Elser etwas zu setzen nein, der hat auch 7,3 Leben gehabt das Scheißdinger ja also das ist jetzt nicht so wie es ist ach, jetzt hat er den Verstärkensport rausgehauen und jetzt wurden die alle truppen dort ernst die Elser etwas tut es tut es noch kranker Frack von mir und das war noch ein und fuck, Elser hat auch scheiße na, muss doch lachen lachen schlicht es jetzt ich blitz jetzt, ich blitz jetzt, ich blitz jetzt ja trotzdem, das ist richtig witzig ja, es ist witzig, aber es ist witzig ach, scheiße, du, das ist doch schon das ist richtig witzig, weil ihr seid, machen wir zwei Runden aber ich sehe, es ist keine Lust, ab zwei Runden mit den Dingen zu zucken da hättet ihr jetzt schon ruhig die anderen nehmen können nö, wir haben gesagt, wir spielen nur Pistil ne, ich meine, wir würden, dass 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 wir würden. oh mein Gott fuck, das ist ein Sniper da hockt ein Sniper what the, haha, hat sich sehen, das ist so printig aber was, 2000 Punkt trotzdem ist das printig, ich habe aber noch nicht so richtig mit der APG abgeschossen, das ist ja noch printig ja, das war auch 100.000 Punkte was mit der APG so pro ja, aber das, ich habe nicht richtig was abgeschossen also mindestens 500 oh mein Gott 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 ach Junge die ganze Zeit ist der fucking Tracer da, aber nein oh mein Gott dann ich mache das weil ja auch so das geht denn sehen 11 versuche sind ich bin sicher ich bin eher dass es ist es doch ganz witzig das schlimmer wir haben noch ein Kräte Kostock der Kreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkreditkonto ne wir machen schon 2 ja der aber auch das ist schon nach dass da ein bisschen mehr an einem Freitag mit ihr aufkrankt die um jahre und es ist ganz was der erste an dem ich hier aufnehmen es ist er wird irgendwann im Dezember so erscheinen und er der und das ist ein Freitag und natürlich ist ein Freitag Zeitungszeit Freitag ist Zeitungszeit und da müssen wir die überlegen und Samstag war dann ausgetragen und der hat anscheinend Spaß zu dumm für die Welt ey und das ist sehr cool was wollte ich nicht sagen ach so ja wir müssen die überlegen und der kommt jetzt immer mittlerweile nicht mehr und das ich bin ich weiß nicht dass ich es ist er gibt da die Kreative zu tun okay okay Prozent da ist Kranke was da ist das Problem war ich weiß nicht ich stelle ich stelle mich voll rein das ist immer so eine Frage so zerstört das Fahrzeug und feind eliminiert 3.0 läuft wenn der BTR hinten steht hab ich die Arschkauer dann weiß ich nicht ich gehe lieber auf Distanz und setze mich wieder ein ja das ist immer ein bisschen ruhiger finde ich mit LRV Zocko also weil ich hab keine Lust die die zerstören ist es die zerstört werden ich werde einfach mal entsinnt ich bin bei der Karte Maus doof Hellweg und wir sind da ha da war der Witz Joichs Warte also ich will ihn noch weiter das ist die Tricks Klassik der Tricks Klassik Stauber kommt auch mal ein Let's Play irgendwann und wenn der Weg ist der Tod das hier steht das Teil aber egal hochkranker Distanz Köln oder oder ja Klang 4 der wir machen ich hatte die T90 Banzer Jo wir wollen ja nicht nur bis der auch nie machen Na aber, hast du jetzt, äh, ich hab jetzt den BZ, ach, ich hab das so weißen, einfach, haha, schade, ich dachte schon. Was hast du? Ich hab mal mir aus Jux gedacht, ich nehm mal den, äh, wie, den kranken Teil, ha, geil. Den kranken Teil, ja? Ja, das kranke Ding, ich hab grad ein Fahrzeug zu spüren. Jo, äh, wir sind ja keine Russen, ne? Nö, das ist ein USA. Ha, ist nice. Ist ja mega geil. Krankadistanzkill mit Pistel, krankadistanzkill mit Pistel. Ah, ne, war nichts mit Distanzkill mit Pistel. Ja, das ist jetzt mega scheiße, oder? Ja, weil wir haben gesagt, wir wirklich, wir nehmen nur die Pistel. Äh, und da hat er und fein eliminiert. Den ersten in dieser Runde mit der Pistel. Und die haben wir mal in dem kranken Rush-Cat oder was das war. Dazu gekriegt er auch. Komm, 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 den Hölz, den Hölz. Komm, ich hab sieben Schuss im Mager. Das wurde wieder. Das wurde wieder. Das wurde wieder. Das wurde wieder. Aber ich weiß nicht, aber geholt wurde. Auch. Was? Von wo werde ich denn jetzt geholt? Von Pano, wo ist das? Nein. Nein, das war da witzig. Das ist einer von uns. Ha, witzig. Alter, was? Was? Die Hölk-Uhr. 16 Uhr zwei Junge von dort unten. Was hat der denn bitte was getan? Was hat der denn schon wieder genommen? Was sind wir denn? Seelwasser, ha, vora, witzig. Aber wohl ein Stück schlecht. Oh, aber schon, nein, nein. er auch an die er sagt Katzenjagd die die KD wir sind ich glaube das Hausdurchschnitt abschieben und die Reise ja natürlich Kampfmesser ich habe ihn umgedreht diese denn sie im so aber nicht das wird sich immer sehr erledigt Mann jetzt kommt ein Jahr Scheiße gegen den Winter der Säder durch Gälder gar keine Chance nicht mal den Hauch einer Chance ach scheiße die Helfer-Schlagungspunkt jetzt in der Brunner Schiff ich muss jetzt mal kurz ach man Ha krank, over the flag auf geht's meine lieben Freunde sie sind es nicht auf geht's wir schleichen uns ja mit unserer M19 11 durch Scheiße Scheiße Scheiße, was habe ich denn die Chance mit der Piste gegen die Menschen in der 16 Jahre ja da war der Witz der Scheiße an dem Schleiter Scheiße nicht war ha 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 wie kann ich auch wie ja nicht wie die ich das die 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 Kiel auch machen jetzt lässt sich nicht mehr dort ist ich habe vor allem ist Kranke Külte Lüge aber jetzt nicht mehr Orta Ernst nein auch Junge aber die Jüdisch aber immer noch jüdisch ich weiß, ich weiß jüdisch ich weiß, ich weiß jüdisch ich weiß, nicht auch mal Rollator, ne? komm, komm komm Krieg wir's heute noch hin? also, weiß nicht das kann nicht sein ich bin mal nicht passen wie er sei offen jetzt habe ich die auch man sich die auch viel zu doof wo man ab ist ich habe mal ein nennen das Ding hier ich habe die Fünfte dann voll drauf was wir haben was jetzt passiert und ich kann es sein hier auch im Meer und bei uns die Kirchen ich nicht da hat es vorliegenden ich will auch nicht das wird endlich ja so eine Art Reihen und so krank Strumpfusen Kumpf Kieger hat das Geld in der Auer den Strom wo es ja ist und Kekawa drüber gezogen sei ich dir die sind sehr hochwertige Sachen nur von kleinen afrikanischen Händen bekommen die Versorgung er ist nicht nicht und den als ab woher er hat ja mal die Punkte verloren ist es in der Nähe ich mache das ist wirklich jetzt mehr Gibt's denn sowas? Ja. Gibt's denn sowas? Gibt's denn sowas? Ja. Gibt's denn sowas? Weiß nicht. Vielleicht habe ich die M911 sogar mal als Software gehabt, weil die Saat sieht ziemlich ömlich aus als sie. Und ja. Deine Zeiten, nur Software. Deine Zeiten, nur Software. Deine Zeiten, nur Software. Deine Zeiten, nur Software. Sind wir hier bei Deutschland? Deutschland sucht den... Deutschen oder was? Deutschland. Was ist denn so für ein Scheiß? Oder ja? Deutschland sucht den Deutschen. Deutschland. Ich muss den Deutschen vergeben. Ja, leider. Aber jetzt ist es mir so schlecht. Jetzt doch einmal. Vögel fliegen hoch. Oho. Vögel fliegen hoch. Oho. Oho. Vögel fliegen hoch. Alter, dein Ernst. Acker fliegen runter. Scheiße. Oh mein Gott, ey. Wieso habe ich... Oh Gott, ich nehme hier einen Biffen. Nein. Nein. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Ja, siehste. 26 Leben. Vielleicht soll die Bestrafung dafür, dass du den Eid brechen wolltest. Du kleine Mistgeburt. Mann, Mann. Mann, das ist doch zum Kotzen. Ja, weil mich das ankotzt. jetzt er wird er könnte nicht mehr auch schon schützt sich die hier ist es hier ist man kann für alle hat mich nicht getroffen auf die Liste hier ist das Risiko jawohl mit dem letzten Schuss in der Krankenpistel noch im Kopf hast ihn ein Kopftreffer verpasst dass der Kopf den Fachwunder gewollt hochkrieg ich habe noch man hat sich gerade ist ein Spiel die Däden der Verstöne nicht wenn ich das hielt im Hintergrund die Werner jetzt kommen aber es muss ich mich und die 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 Kuh 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 n die Schuhe Schreiber der Erkenntnis und Kempfer Mann hält seiner Scheißelter auf den Tag das ist doch einfach nur und tun mein Mäßnis ja es ist dann mehr als schon gesagt das ist schon das ist schon gesagt es ist dumm ja das ist ich schätze 8 jungen morgen was sind denn das für diesen 9 14 g die klinik wird es in den ich glaube ich bin aber heißt sie in die sechs und drei bis drei macht ein Schuss oder zwei Schuss ich bin dauernd und nein jetzt auch noch 950 f 4 4 HC was ist die Alex es war die mp5 aber ich habe kein Geld aber das wollte ich doch und sieg das ist so freunde er war ein kleines jetzes was man sich test oder so